Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf der PS4 und wir wollen weitermachen in der Club Tour. Und da wäre jetzt dran Gladbach. Jo, wollen wir mal gucken, was wir aus den Jungs so rausholen können, beziehungsweise welche Jungs wir da so ins Team holen können. Da werde ich wahrscheinlich auch einige Fehler machen, aber dafür seid ihr da, um mich dann nach dem Building drauf hinzuweisen. Natürlich habe ich mal wieder die maximale Nummer von Squads erreicht. Was ist denn das eigentlich? Ich mache mal das hier weg. Das ist eh irgendwie nicht voll. Das hier auch. So, jetzt können wir nochmal ein Team mehr machen. So, dann machen wir was Neues. Dann gehen wir da drauf und machen Gladbach. So, dann wollen wir mal gucken. Ich glaube, im Tor ist es noch relativ einfach. Aber dann, vor allem Innenverteidigung, habe ich mich natürlich schon vorher so ein bisschen informiert. Dann gibt es nämlich in der Innenverteidigung alleine drei Inform-Innenverteidiger. Allerdings werden wir wahrscheinlich Viererkette spielen. So, damit das ein bisschen realitätsgetreuer ist. Das hier übrigens, glaube ich, auch die letzte Aufstellung gewesen. Gucken wir mal, taktische Aufstellung. Ich habe mir hier den Kicker schon aufgerufen vom letzten Spiel. Der hat... Ne, sie haben dann 4-2-2-2 gespielt, sehe ich gerade. Das Problem ist nur, das können wir nicht machen, weil ein Spieler meiner Meinung nach fehlt. Und das Wichtigere an der ganzen Sache ist, dass zum Beispiel ein... Na gut, okay. Das wäre ein Spieler, der nicht auf der richtigen Position wäre. Müssen wir mal gucken. Wir fangen jetzt einfach mal im Tor hier an. Bundesliga, Bundesliga und dann Klappbach. Und ins Tor kommt natürlich der Herr Sommer. Hat ja schon ordentliche Leistungen geliefert diese Saison. Ich denke mal, da habt ihr auch nichts gegen, aber könnt ihr natürlich gerne was sagen. Jetzt kommen wir zum ersten, ja, Knackpunkt hier. Es gibt als Innenverteidiger in Forms, gibt es Brauers, Stranzel und Nordfeit. Nordfeit ist normalerweise ZDM in FIFA. Und der hat einen Innenverteidiger in Form bekommen. Da würde ich ja sagen, meiner Meinung nach, Stranzel muss rein. Ich glaube, Stranzel hat auch im letzten Spiel gespielt, oder? Ne, hat er nicht. Stranzel war nur auf der Bank. Aber er ist einfach der höchst geratete Verteidiger bei Klappbach. Deswegen würde ich schon sagen. Aber ihr könnt mir da, wie gesagt, wieder dazwischenreden und sagen, nein, macht das auf keinen Fall. Und als zweites würde ich sagen, Nordfeit. Erstmal, Nordfeit sieht um einiges stärker FIFA-technisch aus, aber ist auch halt der höher geratete Spieler. Wenn ihr da allerdings für Brauers seid, mache ich da auch Brauers rein. Ich meine, so schlimm sieht er jetzt nicht aus. Er kann zwar nicht pacen, aber ganz solide Defense-Werte. Nordfeit sieht da halt schon ein bisschen stärker aus, muss man einfach so sagen. Also ich würde es mit der Verteidigung, von der Verteidigung her so aufstellen. Hätten wir zwei Gold-Informs hier in der Innenverteidigung. Linksverteidiger. Da haben wir einen Wendt und einen Darmes. Wo ist denn eigentlich der Alvaro Dominguez? Der hat zum Beispiel im letzten Spiel gespielt gehabt. Wurde der ausgewechselt vielleicht? Nein, wurde er nicht. Wo ist denn eigentlich dieser Alvaro Dominguez? Ich gucke mal ganz kurz. Alvaro haben wir schon mal. Ich hätte mal vielleicht lieber Dominguez schreiben sollen. Da, Alvaro Dominguez. Was spielt er denn hier in FIFA? Innenverteidiger. 57 Pace. Na, leck mir die Eier. Medium, Medium Work Rates. Das ist halt jetzt die Frage. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich erstmal einen, in Anführungszeichen, normalen Außenverteidiger hingestellt. Aber, wir können uns den ja schon mal hier sozusagen mitnehmen und mal auf die Bank setzen. Weil der hat zum Beispiel im letzten Spiel Linksverteidiger gespielt. Und ich glaube, der spielt auch bei euch immer Außenverteidiger, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Will ich auch nicht lügen. Ne, ich mache den erstmal auf die Bank, weil ich würde erstmal, wie gesagt, einen normalen Außenverteidiger hinstellen. Das mache ich ja meistens so. Und ihr dürft dann halt abändern, was ihr möchtet. Also hätte ich hier wahrscheinlich einen Oskar Venting gestellt. Also, ist höher geratet. Hat eigentlich ganz ordentliche Werte hier. Joa, ich hätte einen Venting gestellt. Pop! So, wenn ihr da was gegen habt, könnt ihr das sagen. Rechtsverteidiger. Im letzten Spiel hat er Korb gespielt. Hat eine Note 4 bekommen. Ist dann auch rausgegangen für den Johnson. Johnson FIFA-technisch definitiv stärker. Also, ich meine, haben circa die gleichen Defense-Werte. Nur, dass Johnson um einiges physisch besser ist. Und dazu ist er halt, ich glaube, sogar größer, ne? Ja, größer ist er. Work Rates sind gleich. Und er hat halt einfach viel mehr Pace. Ganz klar. Ich würde hier erstmal Johnson reinstellen. Aber auch da seid ihr dann natürlich wieder gefragt, wenn ihr da was anders haben wollt. Die Doppel-Sechs. Die war im letzten Spiel Kramer und Chaka. So. Kramer hätten wir schon mal hier. Nordfeld steht bei uns in der Verteidigung. Marx gibt es hier noch und Dahoud. Joa, Kramer würde ich sagen. Schon mal der eine Part. Aber wie schon gesagt, das letzte Mal hat auch der Chaka mit auf der Doppel-Sechs gespielt. So, da ist er. Der Granit. Also würde ich den jetzt vorerst auch mal hier hinstellen. Er hat Linksfuß. Deswegen hier passt eigentlich ganz gut. Rechtsfuß, hei, hei. Was hat er für Work Rates? Medium, Medium. Okay. Das könnte man auf jeden Fall so machen hier. Jetzt geht es um... Ja, hier gibt es ein Problem. Ich habe mir das ja vorher schon angeguckt. Normalerweise spielt Gladbach ja anscheinend mit einer Doppelspitze. So viele Spiele habe ich mir von Gladbach leider Gottes nicht angeguckt. Aber jetzt in dem Spiel war es auf jeden Fall so. Ich könnte natürlich nochmal auf dem anderen spielen. Da hat nämlich Hirgota und Gruse zusammengespielt. Das Problem ist nur irgendwie alle unterzubekommen. Weil es gibt auf jeden Fall noch zwei Informs von Gladbach. Da wäre nämlich zum einen Hermann in Form. Das wäre der erste, der links steht. Und dann haben sie noch einen. Und zwar den Herren... Hahn in Form. Den gibt es auch noch. Da ist jetzt natürlich die Frage. Hahn hier hin? Weil wenn wir es dann so machen würden... Hahn wurde... Ja doch, Hahn hat von Anfang an gespielt und wurde ausgewechselt für Hermann. Und ja, hier gibt es dann halt noch zwei Positionen. Und da müsste ja prinzipiell jetzt Hazard stehen. Hat auch im letzten Spiel von Anfang an gespielt. Das ist ja Torgan. Und vorne im Sturm müsste dann da Gruse spielen. Hat übrigens in eurem letzten Spiel auch die beste Note vom Kicker bekommen. Nach Sommer. Sommer hat eine 2, Gruse 2,5. So, ja, gut. Ich würde mal sagen, hier müsste eigentlich der Gruse dann rein. Das wäre wahrscheinlich das Team, was ich gebaut hätte, wenn ich es gebaut hätte. Gruse vorne rein, rechts Hahn, Mitte Hazard, links Hermann, Kramer, Schakka, Doppel, 6. Hinten Nordfeier und Stranzel. Links da Oskar Wendt, rechts da Johnson und im Tor der Sommer. So hätte ich es wahrscheinlich gebaut. Frage ist halt, wie hättet ihr es gebaut, liebe Gladbach-Fans? Das könnt ihr mir gerne beantworten und dann werden wir das Team nochmal abändern. Wenn ihr da gerne was anderes haben wollen würdet. Wer jetzt natürlich so meiner Meinung nach fehlt, wäre so ein Raphael. Ich glaube, Raphael ist aktuell verletzt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Der würde natürlich fehlen. Aber wo willst du ihn noch hinpacken? Da muss natürlich irgendwer raus. Und ich weiß auch nicht, ob es so schlau ist. Zum Beispiel sagen wir mal, ihr würdet Schakka nicht so toll finden. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen sinnlos, dann Raphael zum Beispiel ins ZDM zu stellen. Ich meine, da würde man auch überhaupt nichts von ihm sehen und es würde irgendwie nicht viel bringen. Die andere Idee ist natürlich, das so zu machen, wie bei Leverkusen mit Kiesling und Drimmitsch, dass man nach der Halbzeit für zum Beispiel Hazard den Herrn Raphael einwechselt oder für Kruse den Herrn Raphael einwechselt. Das sind halt so Dinge, die müsst ihr mir schreiben. Ich werde wieder auf, bitte liked auch Kommentare, was euch gefällt. Guckt euch an. Ah, da hat schon einer einen langen Beitrag geschrieben. Oh, der denkt ja genau dasselbe wie ich. Dann liked den. Weil ich gucke mir vor allem, wenn jetzt zum Beispiel 200 Kommentare sind. Ich gucke es mir vielleicht alle an. Aber ich kann natürlich nicht auf alle eingehen, weil jeder was anderes möchte. Deswegen favorisiere ich die Kommentare, die einige Likes haben. Und deswegen, wenn ihr irgendwas gut findet, oh ja, dann macht da ein Like dran. Geht ja mit einem Klick oder mit einmal auf den Handybildschirm tippen und dann habt ihr da ein Like dagelassen bei dem jeweiligen Kommentar. Und dann gucke ich mir das an. Ich würde es jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich erstmal so bauen. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch erstmal alle Spieler kaufen, bis auf Hahn. Weil falls ihr da irgendwas anders haben möchtet, dann wäre das jetzt ein bisschen gewastet, die Coins. Weil ich glaube, Hahn ist ziemlich teuer. Das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Was der kostet? Hahn kostet... Ach du Scheiße. Der kostet 600.000. 600.000. Das ist fast die Frage, ob ich das Team da nicht lieber auf der Xbox machen würde. Weil auf der Xbox kostet dann nämlich nur 300.000. Also einfach mal die Hälfte. Krass. Na ja, wie gesagt, ich würde das jetzt erstmal so hier bauen. Mit den Jungs hier. 450 hier für den Sommer. Können wir mitnehmen. Ne, Transfer-Target. Zweimal geile Damen. Nehmen wir direkt mit. Sommer. Alles klar. Den hätten wir. Kommt zurück. So. Innenverteidiger müssen wir jetzt mal gucken, was die so kosten. Stranze gebe ich mal als Ersten ein. Und der Martin kostet auf der Playstation 14.000. Gucken wir mal. 14.750. Den könnte man hier prinzipiell mitnehmen. 500 mehr. Scheiß der Hund drauf. Nehmen wir mit. Hat hübsche Verträge und hübsche Fitness. Geht klar. Nächste wäre der Nordfight. Ich denke mal, der kostet ein bisschen mehr. Weil der sieht auch FIFA-technisch halt stärker aus. Und Nordfight kostet weniger. 13.000. So. 13.500. 13.000. Na. Wo bist du für 13.500? 13.500. Na komm. Wo sind wir jetzt? Bei welcher Minute? 37. Ich denke jetzt einfach mal, dass er gleich kommt. Na. Der nächste ist auf. Auch 13.750. Sind mehrere. Auf 13.57. Aber hier kommt einfach keiner für 13.750. Da. 13.500. Da haben wir einen. So. Ja. Nehmen wir uns hier mit hier. Gut ist. 13.500. Bob. Nordfight. Ab. Drinne ist er. Ja. Johnson. Der Fabian. Der könnte natürlich ein bisschen mehr kosten. ist bestimmt auch in dem ein oder anderen Bundesliga-Team vertreten. Es ist nicht der Glenn Johnson. Es ist doch Fabian. Fabian Johnson. Da ist er. Was kostet der Schatz. Was kostet der Schatz? 5.2. Hier. 5.4. Würde ich mitnehmen. Da finden wir vielleicht noch einen frischen. 5, 6 5, 5 hier, ja komm, der ist frisch Obwohl Obwohl, na gut, der kostet aber gleich mal 4.000 mehr, das lassen wir dann vielleicht auch mal Ach komm, nehmen wir den mit hier Für 5, 5 Johnson, frische So, jetzt Davend, der dürfte einfach 400 rumkosten 400, 450, so was In die Richtung So 600 Da, 450, so Nehmen wir mit, Bob, wäre der Wendt auch mit drin, ne Der Oskar So, jetzt der Kramer Und der Schaka, da ist genau dasselbe 500, ja komm Der hat 26 Verträge, nehmen wir den mit So viele Spiele würde er wahrscheinlich nicht bei uns Machen, aber scheiß der Hund Drauf, und jetzt noch der Schaka hier Schaka, 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 Schaka Der Granit, da ist er So, nehmen wir mit für 400 Als frischen Jungen So, Hazard haben wir Erstbesitzer hier, heftiger Kerl, er ist vor 3 Tagen Gezogen, den Junge So, und hier wollen wir noch ein Kruse Da haben wir das gleiche Ding, dürfte auch so 500 kosten, oder? Ja, 400 So, auf 400 nehmen wir mit Kruse Und ja Jetzt kaufen wir nur noch einen Hermann Wie gesagt, Hahn, wenn ihr ihn da haben wollt Dann kaufe ich den auch noch als Inform Auch wenn es irgendwie ein bisschen Wasted Money ist Weil wir ihn halt einfach nur ein Spiel spielen Ja, da muss ich vielleicht echt noch überlegen Ob ich da nicht doch Na, eigentlich muss ich den Inform nehmen, ne? Naja, was willst du mal? So, jetzt gucken wir mal hier Dass er mir mal hier den Hermann anzeigt So, Patrick, da ist er Mal gucken, was soll er kosten? Komm, push dich mal 42.000 Gucken wir mal Ob da irgendwas in die Richtung kommt 42K 42K Alle 45 Wo sind wir jetzt gerade? 20 Minuten, okay 42, 42 Jetzt geht es in den 50er Bereich schon Ja, ich denke mal Wenn wir so kurz vor einer Stunde sind Eine halbe Stunde jetzt erst Da, 42, der ist gut Ja, der passt 750 mehr Aber es geht in Ordnung So, Hermann für 42 Und ja, jetzt würde es erstmal stehen Wie gesagt, Hahn, wenn ihr es möchtet Kaufe ich den halt noch Inform Ich bin immer überlegen Sollte ich das Team Erst spielen Wenn ich wieder aus Bangkok und Umgebung zurückkomme Dann werde ich den Hahn wahrscheinlich auch erst dann kaufen Weil es natürlich schlauer ist, wenn ich den kaufe Wenn das Team auf die hier kommt Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher So, ja Das wäre jetzt vorerst mal die Aufstellung Ihr dürft natürlich auch Formationen ändern Zum Beispiel, wenn ihr Doppelspitze haben wollt Von mir aus spiele ich dann Aber ihr solltet dann halt auch genau hinschreiben Wer wohin soll Ja, so würde das Team erstmal stehen Würde ich sagen, kaufen wir jetzt nochmal ein paar Trikots Bob Club Items Dann gehen wir auf die Kids Dann gehen wir auf die Bundesliga Und dann gehen wir auf Gladbach Das dürfte ja eigentlich Ah, die habe ich doch bestimmt Auf Playstation habe ich doch eigentlich jedes Trikot Mal übertrieben gesagt So, jetzt gucken wir mal Ihr habt die bestimmt Gucke ich mal ohne vorher zu kaufen Die habe ich jetzt wahrscheinlich dann Das war so obvious Wollte ich gerade sagen Die habe ich dann wahrscheinlich gerade nicht Vorher habe ich alle Trikots Und die habe ich dann natürlich nicht Aber ich bin Hä, ich bin irgendwie der Meinung Ich habe die Achso, das sind ja die klassischen So, hier schon mal auswärts Nehmen wir mit Und heim Nehmen wir mit Alles klar So Trikots hätten wir auch Kurz aktiviert hier Das Homekit Und Bob Alles klar, aktiviert Und das Auswärtstrikot natürlich auch So, dann haben wir beides drin Kladbach Team steht Trikots stehen Ihr seid jetzt dran Da noch irgendwas abzuändern Vom Team So sieht es auf jeden Fall Ganz spielbar aus Wir haben zwar wieder Keinen richtigen ZDM Ich meine Kramer kann das natürlich Aber er hat halt Hi-Hi Er ist nicht der richtige 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 ZDM Was haben wir denn hier eigentlich Medium, Medium Und Medium, Medium Okay Das ist eigentlich Latte dann Kann ich dann auch so aufgestellt lassen Der Hazard High-Medium Okay Drei Sterne Weak Foot Und drei Sterne Skill Moves Nur Okay Ja Ich finde es sieht jetzt nicht schlecht aus Sollte sich wahrscheinlich spielen lassen So Ist jetzt nicht die Paisics Die IV Aber Haben auf jeden Fall Beide ganz ordentliche Defense und Physics Werte Sind Hier 6-3 Und 6-2 Boah Einigermaßen groß gewachsen Sollte schicken Bin ich mal gespannt Und ja Wie schon gesagt Ihr müsst jetzt entscheiden Ob ihr da Änderungen haben wollt Oder nicht Euch kann es ja sogar gefallen Eventuell Aber wie gesagt Wenn ihr da was habt Schreibt es in die Kommentare Und achtet auf die anderen Kommentare Und liked die anderen Kommentare Wenn euch davon was zusagt Und ja Das werde ich mir natürlich vorher erst noch angucken Und wenn ich dann So ein bisschen Feedback bekommen habe von euch Werde ich dann das Gameplay machen Wie gesagt Ich bin mir nicht ganz sicher Ob ich das noch Vorher hinbekomme Aufzunehmen Oder ob das dann erst kommt Sobald ich wieder da bin Da bin ich mir noch ganz unentschlossen Müssen wir mal schauen dann So Jetzt ziehen wir hier nochmal 2-3 Packs Weil Ich will mal wieder was Gutes ziehen Sind jetzt vielleicht so mit die letzten Ja Ich überlege gerade Ob ich vielleicht noch ein kleines Pack Opening aufnehme Jetzt gleich im Anschluss Hm Sowas lässt sich immer nochmal ganz schnell aufnehmen Äh Jetzt haben wir gerade Deutscher Zeit halb 2 In anderthalb Stunden kommt das erste Video In zweieinhalb Stunden werde ich wahrscheinlich anfangen zu streamen Zwischendrin wollte ich noch Duschen, Essen Mal gucken was machen Na Schauen wir mal So Nehmen wir das nochmal mit Das nochmal mit Nochmal zwei Päckchen Dann sind wir raus hier Valencia Ey Der hat echt einen scheiß Schuss wert Medium High Work Rates 47 Defense Dafür 75 Physik Äh Kann man machen Kann man machen So Gib mir nochmal zwei Päckchen Gib mir am besten nochmal was Schönes da drinnen Und dann können wir uns gepflegt verabschieden Von dem Gladbach Squad Builder Und ja Nach Gladbach Mal so ein kleiner Overview nochmal Beziehungsweise Ich glaube ich brauche gar kein Overview jetzt hier machen Für mich selber Ich glaube es kommt nur noch Hoffenheim und Bayern Dann ist rum So müsste es prinzipiell sein Doch ich glaube schon Doch ich glaube schon Hoffenheim kommt noch und Bayern kommt noch Hat Hoffenheim schon in Forms Ich bin mir gerade nicht ganz sicher Ich gucke mal ganz kurz Firmino gucke ich mal ganz kurz Und dann Klick Ach Scheiße Ich bin hier gar nicht auf Foothead Ich wollte auf Foothead gucken Foothead So Innenverteidigung Ja okay Geht so ne Rechtsverteidiger, Linksverteidiger Haben sie auf jeden Fall welche Ist ja auch nicht immer gleich gesagt Mittelfeldmäßig Firmino natürlich interessant Salihowitsch Schwegler Rudi Polanski Volland Elionussi Ja da gibt es schon ein paar Und im Sturm dann noch Modest Scholei Schiblock Musona Und ein Haberer Ja da gibt es dann auch noch ein bisschen Bin ich mal gespannt was bei Hoffenheim dann rauskommt Und ja dann Bayern Müssen wir nicht drüber reden Wie viele Informs würde es denn aktuell überhaupt geben Würde mich mal interessieren Das ist aber ganz gut dass Bayern kommt Wenn ich gerade aktuell alles verkauft habe Weil Bayern wird echt teuer werden glaube ich Also Bayern hat insgesamt 2,3,4,5,6,7 7 Informs Davon ist zwar zweimal Robben Aber Ja 6 verschiedene Spiele haben glaube ich eine Inform 1,2,3,4 5,4,5,6 Ja 6 verschiedene Spiele haben eine Inform Ja wird dann ein relativ shiny Team Wenn ich das mal so ganz kurz angucken würde Also es dürfte teuer werden Aber zum Beispiel jetzt Bernhard Weiß ich gar nicht ob wir den spielen werden dann Weil ich denke mal die meisten von euch wollen Also jetzt an die Bayern Fans schon mal Ich denke mal die meisten Bayern Fans wollen Alaba einfach sehen Und ja da kommt Salihowitsch schon eben gerade drüber geredet Habe ich aber anscheinend schon im Verein drinne Deswegen muss ich jetzt nicht nochmal mitnehmen Ja ich denke mal zum Beispiel Bernhard in Form wird halt gar nicht gespielt werden Weil halt die meisten für Alaba sind Im Mittelfeld Ja oh Shakiri ist ja schon relativ beliebt Robben sowieso Lahm muss rein Müller Ist ja Stürmer Mit seinem Inform Fand ich übrigens auch ganz nice Naja da bin ich mal gespannt Was wir da so aufstellen werden Bei den Bayern Also da ist natürlich sehr 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 viel Auswahl Und sehr viel hochkarätige Auswahl halt auch noch Das wird echt schwer die Jungs da aufzustellen Naja ich bin mal gespannt Was mich wundert Das fällt mir jetzt eigentlich zum ersten Mal auf Dass Lahm Immer noch niedrigeres Overall Rating hat als Schweinsteiger Ist irgendwie komisch Weiß auch nicht Weil Ja keine Ahnung Es sind beides super Spieler Keine Frage Aber warum ist Schweinsteiger höher geratet als Lahm Also wenn man jetzt Na gut So kann man das auch nicht sagen Aber ich glaube Wenn man den Pep Guardiola fragen würde Er müsste einen von beiden aus dem Kader streichen Er muss Ich weiß Sowas wird nie vorkommen Aber er müsste einen aus dem Kader streichen Ich glaube er würde Eher Schweinsteiger als Lahm streichen Naja Aber das ist halt auch nur so ein Hätte Bla 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 Und ich halte jetzt mal die Fresse Und gut ist die Sache So hier noch ein bisschen Scheiße gezogen Und ja dann würde ich mal sagen Schön dass ihr zugeschaut habt Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like da Schreibt was in die Kommentare Und kommt dann im Forum vorbei Link ist in der Beschreibung Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive Macht's gut Tschau Tschau Vielen Dank.